Ein neuer Morgen und es geht wieder los in Final Fantasy XV. Ach ja, das ist nach wie vor so schön, auch wenn die Geschichte immer tragischer wird. Naja, zwei Kilometer, ich weiß nicht, sollen wir das laufen? Ich glaube, wir laufen das mal. Oh Gott, jetzt werde ich vollen Hass abbekommen. Aber laufen ist ja erstmal für den Gladius sehr gut und allgemein sind wir so, glaube ich, mehr von der Umgebung. So ein paar Details, die wir vielleicht vorher nicht bemerkt haben. Und natürlich ein paar Truhen, die wir dann vielleicht vergessen hätten aufzusammeln. Hier noch ein paar Fongos. Ha, ich gehe mir aus dem Weg, du. So, da oben war doch noch was. Huch, wo kommst du denn her? Naja, wir laufen mal weiter. Na, das mit dem automatischen Laufen. Das ist ne Schweinerei. Das ist ne Schweinerei. Ah, jetzt. Super, jetzt kann ich meinen Daumen wieder entlasten. Oh, es funktioniert. Sehr gut. Der braucht ein bisschen mehr Ausdauer. Mein Lieber her. Da hinten haben wir wieder was zum Einsammeln. Hier, oben drauf. Danke. So, noch ein paar Fongos. Ladies and gentlemen, this is Fongo number five. So. Weiter geht's. Weiter. Weiter geht's. Das jemals klappen wird. Ich weiß es nicht. So. Das funktioniert. Immerhin. Immerhin kommen wir immer hin. Immerhin. Die Musik ist echt geil. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auf dem Weg auf eine neue Garten kommen. Und die Gattung von Feinden treffen werden. Oh, die Musik ist echt cool. Wir sind die vier Freunde. Wir kämpfen und zerstören Monster und Albträume. Wir sind die brutalsten Jungs. Und rennen und joggen ganz schön viele herum. Ein Kilometer rennen ist viel zu lang. Eine Pause einlegen. Ja, was wir ein Leben. Yeah. Wir gucken mal. Oh, da wieder eine neue Stimme. So. So eine Einlage muss ja auch mal wieder sein. Oh, da hinten sind wieder ein paar Tiere. Das können wir auch natürlich machen. Mal wieder. Machen wir ja viel zu selten. Aber nein, ich will natürlich für spätere Kämpfe gut gerüstet sein. Deswegen machen wir das. Ah, Mist. Stört mir gar nicht. Vorsicht! Ah, da sind noch welche. Was ist denn da oben, Leute? Das geht so weit. So. Vorwärts. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, erstmal hier wieder absorbieren. Diesmal warten wir, bis es wirklich voll ist. Und dann hauen wir so einen Zauber raus. Wir müssen ja immer noch die Magie ausprobieren. Vor allem. Da bin ich auch gespannt. Da haben wir einen neuen Zeltplatz. Ja, komm. Wir laufen mal weiter. Da unten. So. So. Und es geht wieder weiter. Automatisches Laufen, bitte. Ja. Danke. Danke, dass du funktionierst. Das ist so schön. So, Freunde. Ihr seid alle am Start. Ignis ist ganz euphorisch und rennt schon mal vor. Hat genau dieselbe Ausdauer wie wir. Und die Musik geht weiter. Da hinten ist der Königsfelsen. Ach, ist das herrlich. Das ist so herrlich einfach. Was macht der Prompto denn da? Der muss erstmal sein, ah, der ist. 100 Kontrollen. Entschuldigung, entschuldigung. Nein. Ich meinte, der... Er hat halt viel Energie und die muss er verrennen. Das, äh... Ja. Na nun? Plötzlich, hier müssen sie stehen. Ist da hinten Wüste? Ach, natürlich. Da ist wieder Wüste wahrscheinlich. Da sind wir alle an. Wo kommen wir da nur hin? Oh, ein Felsen. Da ist noch ein Schätzlein. Auf dem Weg. So, Final Elixir. Ja. Prompto. Das ist echt in meinem Weg. So, wir rennen weiter. Ah, noch ein gutes Stück haben wir hier vor uns. Das bleibt bei einem Kilometer. Krass. So. Das gibt guten Muskelkater morgen in den Waden. Mein lieber Herr, geht lang sein. Da ist ein Strom, was? Und da ist eine Siedlung. Sieht zumindest so aus. Hm. Ein paar Häuser. Und wir hören hier irgendwo in der Nähe. Da. Entschuldigung, aber das muss sein. Das muss einfach sein. Hm. Na, komm schon. Das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Oh, 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 oh. Prompto, ich brauche Hilfe. Zum Beispiel. Nein. Genau so. Ja. 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 Stört mir ja nicht. Ja. So, den habe ich noch übersehen. Oh, da hinten auch noch einer. Oh, noch mehr. Noch mehr? Ach, da hinten ist noch einer. Da kann sie in der Ferne, guck mal. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind die Bösen. Aber wir brauchen das eben, um stärker zu werden. So. Da noch irgendwo was? Das schauen wir uns alles natürlich noch genauer an. Vielleicht sollten wir uns das mal auch eben anschauen. So, einfach mal vom Weg abkommen, um eben einen neuen Weg zu finden. Ach, guck mal. Oh, 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 oh. Nicht zu rasen, mein Lieber. Das mit dem Warpen ist einfach auch mega geil. Ich muss das immer wieder sagen. Ich finde das richtig geil, diese Fähigkeit. ein Parkplatz. Oh, das sind mehr Trümmer. Na, na, so wird es wahrscheinlich in, 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 in Nossen. Ja, ich kann den Namen nicht aussprechen. Tut mir leid. Im Nosea. Im, in, 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 in Somia. In Somia. Natürlich. So wird es da aussehen wahrscheinlich gerade. Ah, das ist so traurig. Das würde ich mir gerne auch mal näher anschauen. Ist das eine Dungeon? Der sieht aus wie so ein... Wie der Eingang für eine Dungeon. Eine Dungeon. Ui. Ähm. Wenn du so fragst. Ich weiß nicht. Sollen wir uns wagen? Wow. Ich glaube, so einen alten Aufzug habe ich noch nie gesehen. Ob der noch fährt? Probieren wir es aus. Das Ding fällt ja gleich auseinander. Ob das wohl gut geht? Das werden wir gleich sehen. Gegner im Zentralsektor besiegen. Ich hoffe mal, die werden nicht zu stark sein. Auf sich erwartet uns keine Tragödie. Lustig wird's jedenfalls nicht. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich sind wir nicht zu schwer. Ey. Was guckst du mich dabei so an? Hauptsache, wir bleiben nicht stecken. Abstürzen wäre schlimmer. Lässt sich nicht ausschließen. Hier muss irgendwas abgebaut worden sein. Unheimlicher Ort. Sicher ideale Brutbedingungen für ganze Rudel von sichern. Die Aussummung überhaupt mal rauszufinden, wie die Situation so aussieht, ne? Ui, ui, ui. Es ist verdächtig still. Hinter jeder Ecke kann was lauern. Lass die Umgebung nicht aus den Augen. Ganz vorsichtig. Hier liegen Schienen. Für... ne Lore? Klar. Meinst du, die haben das ganze Erz geschleppt? Aber mal echt. So, da hinten befindet sich noch was. Ich hoffe, in der Dungeon wird wenigstens was Gutes da für uns rausspringen. Ich habe ein schlechtes Geburt. Oh. Ja, danke für die rechtzeitige... Muss ein Mechanismus sein. Danke für die rechtzeitige Warnung übrigens. So, schnell mal hier durch. So, das schauen wir uns mal nochmal an. Silbererz. Oh, was ist das denn? Da kommen wir... Da kommen wir nicht rein, ne? Nee, da kommen wir ganz sicher nicht rein. Da ist auch die Karte zu Ende. Ja, da kommen wir nicht rein. So. Mal hier umschauen. Die Musik ist aber wieder geil, ne? So, hier. Na, Sackers. Oh. Ah. Hier scheint es runter zu gehen. Maximale Kapazität erreicht. Wir nicht hier bleiben. Ganz gerne auf uns warten. Ich mache mal eben was. So. Und zwar... Und zwar... Hier... Mal ein richtiges starkes Feuer. So. Ähm... Das mit irgendwas kombinieren. Na, komm. Wieder Feuer. Aha. Ein giftiges Feuer. Feuerer. Zweierkette. Aha. Wir machen mal ein Giftfeuer. Einfach mal ein Giftfeuer daraus machen. So. Giftfeuer. Einfach mal so. Und jetzt den Rest noch absorbieren. Genau. Es geht weiter runter. Alter. Das hätten wir eben auch mit dem Fahrstuhl machen können, scheinbar. Ich bin mal gespannt. Es tropft. Giftiges Goblin. Pass auf, dass du nicht uns triffst. Diese Geräusche hier unten. Das ist so unheimlich. So. Jetzt gibt es eine Verzweigung. Ne, was. Ich werde erstmal hier dann gehen. Lästig. Klappe zu. Ja, was. Ging's da noch weiter? Da geht's noch weiter und da hinten. Wir gehen erstmal hier rum. Alter, jetzt hab ich mich voll her schreckt. Auf welcher Seite stehst du? Entschuldigung. Oh, Mann, Mann. Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Hä? Wie sieht's denn hier aus? Hä? Da bist du denn. Schon wieder eine Lone? Oh! Oh! Oh, oh! Ja! Was soll der Scheiß? Was war das denn? Nein! Was? Ja, das will ich doch. Warum geht das nicht? Oh! Super dran. Ich kann das nicht machen. Ich kann... Ich kann... Ich kann das nicht machen. Was? Hä? Was? Was? Ich kann das nicht machen. Ich kann den Heiltrank nicht auswählen. Oh, nein. Wo kommen wir jetzt hin? Ich kann das nicht machen. Ich kann das nicht machen.